Und hey ho, da sind wir wieder bei No Man's Sky zu der sechsten Expedition, die gebrannt markten. Und da sind wir auch schon wieder in einer frischen Folge zur Expedition und ja, spielen natürlich auch mal neu gestartet, wie ich schon angekündigt hatte. Nochmal ein kurzer Rundumblick, ob sich ein Wächter ankündigt, aber nein. Dann reisen wir einfach weiter. Okay, war eine nette Verzögerung. Treffen 2 hatten wir. Treffen 3 wäre das nächste Ziel. Zumindest in die Richtung wollen wir. So. Also. Das ist unser Ziel. Da können wir auch mit einmal hinspringen. Das ist eigentlich ganz gut so. Tada. Im nächsten System angekommen. Station würde ich mir tatsächlich sparen. Ich muss eh gerade nichts aufwerten. Das macht keinen wirklichen Sinn. Also direkt Richtung Treffen 3. Nein, ich will da hin. So. Hallo und guten Tag. Ich lande hier mal, wenn ich darf. Dankeschön. 700 Uhr in die Richtung. 612. 500 irgendwas. 736. Ist schon gar nicht so schlecht. Markieren wir uns den mal für die Richtung. Schwuppdiwupp. Ah ja. Ich denke mal das da. Was ganz gut sein könnte. Da drauf könnten Dingsbumse liegen. Na, oder vielleicht auch nicht. Ja, dann füllen wir sie da rauf. Da siehst du es. Nähern wir uns. Meilenstein abgeschlossen. Treffen 3. Expeditionsphase abgeschlossen. Phase 3. Ich bin begeistert. So. Hier gibt es aber nichts, was von Interesse ist. Glaube ich. Okay. Will was? Hai, hai, hai. Stein schwingt. Fremdartige Lebensform. Klar nehme ich das Wissen an. Bin ich doch nicht pingelig. Okay. Wächter. Keine. Das ist wenig. Okay. Holen wir uns das ab. Expeditionsbelohnung erhalten. Treffen 3. 2000 Gold. Extraanzugerweiterung. Und Ansehen für die Kovacs. In einem Gag-System kriege ich das Ansehen für die Kovacs. Das ist... Eigenwillig. Gestrandeter Pilot. Aha. Okay. Und dann haben wir ja die ganze Phase abgeschlossen. Expeditionsbelohnung erhalten. Phase 3. Und zwar Flaggen. Fünf Stück an der Zahl. Na, die können wir uns jetzt so auf einen Anhieb nicht angucken. Nur rechts oben das kleine Bild, wie es durchläuft. Mhm, 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 mhm. Nett, 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 nett. Bin ich ganz zufrieden. Das, da können wir wieder ausmachen. Na. Ja, gut. Dann okre ich mir eben mein Schiff. Äh, das war es ja auch schon. Mehr ist ja hier nicht. Hier gibt es auch nicht wirklich was Besonderes. Hm. Die einzige Besonderheit, die mir halt auffällt, ist, dass... Die Spam-Nachrichten, ähm... Drumherum sind. In einem Abstand. Das begeistert mich ein wenig. Das finde ich gut. So wäre das optimal. Wenn die die Treffpunkte so setzen und so blockieren... Dass man nur außerhalb eines gewissen Radius, so Basenradius oder sowas... Da überhaupt welche setzen kann. So würde ich das lieben. Da bin ich, äh, bin ich Freund von. Ja, du mit deinem Kampfläufer gehören. Ähm... Das kommt wieder ins Schiff. Ähm... Ähm... Ja. Okay, dann ist Phase 3 durch. Phase 4. Dafür muss ich... Ah, da geht es ja damit weiter. Dafür muss ich aber auch erst zu 4. Okay. Kriegen wir hin. So, schauen wir mal. Ähm... Ich nehme an, es ist ein Stück. Oh, es ist gar nicht so weit. Kann mit einem Rutsch da hinspringen. Ja, okay. So. Da sind wir. Äh... Äh, ich guck mal kurz in die Richtung. Ich würd mal kurz mehr davon sehen wollen vom Eingang. Nicht nur den Marker. Immer zur Sicherheit. Ist einfach nur ein blauer Eingang. Okay. Sparen wir uns das wieder. Und treffen, wie erwartet. Dann kommen wir auch mit den anderen Kramen. Weiter. Ähm... Hallo? Oh. Stimmt ja. Ich habe ja ein leere Ei dabei. Fliehen. Fliehen. Da war ja was. Ja, das habe ich jetzt aber nicht vor zu machen. Das leere Ei wird im Laufe der Zeit auf einen anderen Spielstand wandern. So. Es ist nochmal da. War ja klar. Also hier hat man zumindest gute Karten. Das Alien relativ schnell zu rufen. Wenn man sein Ei antatschen möchte. Da ist das Ziel. Da sind schon im Dreieck die Dingsbumse. Ich schätze auch mal, da geht es dann hin. Aber wir landen erstmal hier vor Ort. Und loten das wieder genauer aus. Jaja, ich möchte landen. Auf diesem recht, äh, frischlichen Planeten. Okay, dass die, äh, Knochen da sind, ist auch ungewöhnlich. 1000 Uhr. 916. 919. 1200. 1017. Ey, machen wir mal den. Und aufi. Wow. Muss sagen, das ist ganz hübsch. Mit diesen drei Dingern. Au. 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 Okay. Ähm. Wie mache ich das? Das ist weit genug weg. Ja, die stehen wieder überall. Okay. Okay. Ich lande hier drüben. Hier sind gerade keine. Katsching. Das ist mein Ziel. Das ist nicht dein Ernst. Komme ich da nah genug ran? Unter 100? Reicht noch nicht. Ein bisschen aufpassen. Komm, ich bin unter 50. Komm, triggere. Das will nicht. Das stört mich. Kriege ich das hin? Na komm. Und schon geht's los. Ja. Danke, Kanada, dass du die Einblendung versaust. Ich habe auf jeden Fall das Treffen erreicht, offensichtlich. So, Expeditionsbelohnung erhalten, Treffen 4, Gold 2000, die Erweiterungseinheit, Ansehen verbessert, Entdecker-Gilde. Oh, kassieren, kassieren, kassieren. Das nimmt mir echt viel Spaß an der Expedition, der Dreck. Wow, ein feindliches Schiff. Oh. Naja. Ich schieße es mal ab. Okay, da ist er. Falsche Waffe. Hast nicht lang überlebt, mein Freund. Ah, dann lande ich mal wieder. Zack. Kriegt direkt eine geballert beim Aussteigen. Schön. Was ist denn da? Planetarer Überfall entdeckt. Ist da mehr los? Uuuh. Das wird der Ort, an dem ich Ärger mache. Hallo? Sehr schön. Ah. Da. Ah. Du. Weg mit dir. Ah. Ah. Du auch. Irgendwas ist hier aggressiv. Jetzt muss ich wieder. Das muss ich wieder. Schilde funktionieren gut. Schilde funktionieren gut. Irgendwas hat mich gerade hier dumm angemacht von der Seite. Nein. Ich will das Ding. Hey, die Nächsten kommen gleich. Hey, die Nächsten kommen gleich. Dürfte ja auch der Hund dabei sein, oder? Ah, da bist du, mein Freund. Moment. Und ich muss nachladen. Und ich muss nachladen. Und ich muss nachladen. Hundi schirrt. Hundi schirrt. Hundi schirrt. Und Hundi wird geheilt. Geh weg. Störb endlich Au So mieses Stück Ja kack heil drohen Ihr geht mir auf den Zünder Störb Du störbst auch mal bitte Das war nämlich ein bisschen Bisschen Schild brauche ich schon Au Mal nachladen Okay Na komm auch schon die nächsten Ja na klar Das war eigentlich ganz gut Okay Okay Da Du bist ein Problem Du auch Du gleich nicht mehr So Freund Das ist nicht fair Springst du hin Mh Noch scheinlich Platz zu haben Ja, das kann man mal wegschmeißen. So. Weg mit dem Dreck. Okay. Was hier wieder mal Löcher reinmacht. Ich habe doch hier irgendwo noch ein Dreieck gesehen. Bin ich mir doch absolut sicher. Ah, ich wusste es doch. Ich kriege hier noch das Kotzen. Hört doch mal auf hier abzuhauen. Mieses Stück Dreck. Ah, hauen wir den mal kurz ins Bein. Boah, die ganzen Löcher im Boden schon wieder. Nerv. Wo ist er denn hin? Da. Nachladen. Nachladen. Ist der schon mal weg? Was mich jetzt aber noch derb interessiert, ist der Große da. Ich brauche sein Gehirn. Ich brauche sein Gehirn. Erstmal auf abzuhauen. Stell dich. Soldamist. Mieses Stück Dreck. Du bist der Große. Nervier. Du bist der Große. Amn. Wollt's sein Gehirn. Was das so... Oh, nie. Oh, wieder. ja das ist das ende für den wo ist seine box hier ist seine box habe ich platz natürlich nicht wegen dem shit ja kampfläufer gehören du mieses misstvieh okay wo hier überall und das war's da haben wir uns durchgeprügelt und haben sogar die kampfläufer gehörne bekommen ein traum ein traum müsst ihr nicht noch irgendwo da bin recht zufrieden schild hat auf jeden fall einiges besser gehalten gut dass ich dennoch nebenbei ausgebaut habe und wir sind aber auch schon wieder am folgen ende angelangt daher die hirne einbauen und so was das gönnen wir uns in der nächsten folge also vielen lieben dank fürs zuschauen und bis zur nächsten folge ciao tschau